der wald gefällt mir nicht nationaler wald macht er bei dir ein schutzgebiet klingt sehr gut nein hat die machete natürlich rennt ihr vor wie irgendwelche geier wir machen wir machen wir haben keine zeit die lizenzen laufen aus dann ich bin an der brücke wo wir das auf diese stelle wenn die zoll sind intelligent wären gucken wir mal kurz in den raum rein hier gibt es muni humor kotze vielleicht doch laser visiere oder so was nö scheinbar nicht haben die axt der laser visiere hatten wir schon lange nicht mehr Dave grüßt Jenny von uns grüße Jenny grüße an Jenny gut joa kommt zurück joa ist mir egal das wird er schon wieder von mir sag mal haben die zombies ausgeschaltet eigentlich nicht ja die zombies habe ich ausgeschaltet ich dachte das wäre sinnvoll hinter dir we are too fast ich habe humor so einen großen hunter hunter auf mir auf mir humor da ist eine hütte dank bei dir vielleicht ist da was drin erstmal habe ich nur spaß mit Puppenkuscheln Dave ist mal wieder so ein bisschen er spät für uns schon mal alles aus was vor uns liegt das ist korrekt da 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 T Using da ist dein Schutzraum da ist dein Schutzraum da ist dein Schutzraum ey jetzt schon nenhum 꼭 ich hab mir Clay ich bin da ich bin grant ין Bratpfannen Wiss zwei W spell er noch mit Smoker 2 wird immer noch ihren Smoker auch keine sinnvoll danke Dave Leute, ich heil mich mal, ja, ich weiß nicht ob die mitgenommen werden, falls die in die nächste Runde mitgenommen werden, das werden wir ja gleich sehen, so, gut, gut, das ging fix, jetzt kommt der Tunnel, entweder sind die Level kürzer geworden oder wir sind einfach nur schneller, ne, das Level ist die nicht kurz, tut mir leid, ich nehme euch die, äh, den Gedanken, die Illusionen, wir hatten ganze zwei Mega-Zombies, ja, ist dabei, ja, wurden wir drüber genommen, siehst du, perfekt, da, deine Bratpfanne, ich weiß nicht, da hab ich schon, da hast du auch so ein Mini-Hard drauf, ne, machen wir uns mal voll, okay, sag mal, jetzt aber, hab ich das nicht lange genug gedrückt, gut, gut, dir lang, so, ich gehe lieber von der Tür weg, das gefällt mir nicht, gut, soll ich jetzt zu machen, ja, Jenny, wir wissen, dass du da bist, irgendwer oder was klopft hier, achso, das bist du mit deiner Bratpfanne, mir wundert, hier klopft doch was, gibt's hier irgendwie eine Möglichkeit, er oben zu bleiben, genau, ja, äh, ne, vielleicht beinahe schon wieder, wie es falsch ist, Leute, ist ein Medikriff, Achtung, Hunter, danke, so, war ein Problem, kein Problem, ne, uch, da, Tommy, wollen wir hier oben lang, ne, hier unten geht's lang, wo musst du denn lang, oh, hier gibt's doch bestimmt irgendwie einen Weg nach unten, genau den hier, wo musst du denn genau lang, ich muss den Notausgang öffnen, dann macht das gedute, achso, okay, ich glaube, wir können hier runter, Ray, hier zum gelben Teil, okay, wow, au, aua, das ist doch das denn jetzt, das weiß ich auch nicht, der erste war mein Verschulden, das zweite aber nicht mit, da hat jemand den Buma-Kotzen, ja, falls er jemanden werfen mag, irgendwo hin, ist vielleicht wieder Menge ganz gut schlecht, denn hier, los, Buma, ja gut, Bob hat die Buma fast aktiviert, da kommt die Charger, sehe schon, Achtung, es hat ein Schmoker, Schmoker in den kleinen Raum, Schmoker im kleinen Raum, Leute, Leute, wir sind auf dem Weg, Charger wieder, ich hab' geschlossen, warum nickt der? з da, klara, fuck... Antwort auf Dave, ich hab' Chank, ne, doch nicht... Auf mir, auf mir, auf mir, warum stand dein Name gerade? Laft'n de süd, lad' nach... Jajajajajaj Heil-Shank hurt's mal wie vacciniert, darf ich auf den seiden SchmesterP 42 Ja, der hat sich verzogen. Das war echt. Definitiv. Gibt's da was? Nö. Ey, jetzt hoff ich mich nicht runter. Was macht ihr denn da drin? Ich wollte ihn runterschubsen. Wollt ihr alleine sein, dann sagt's euch. Nehmen wir mal mit. Hier geht's raus dann. Aber hier geht's doch noch weiter. Wollen wir da lang? Nee. Irgendwer hat den Tank getriggert. Was? Wo seid ihr? Es gibt auf jeden Fall nen Tank. Und das macht mir viel mehr Sorgen. Dach! Ah, nicht der wieder! Der kommt hier nicht rein? Ja, der kommt hier nicht rein. Ah, so wieder zu. Ja, der kommt rein. Innere Seite. Es wird so gut wie down sein. Down! Wir versuchen dich zu beschützen. Ups! Verdammt, hör auf damit! Gut so. Aua! Weg! Du hast den Chunk getrunken. Au! Bob, hast du mir grad ein Bein gestellt? Oder war mir das gefallen? Eigentlich nicht. So, ich bin oben. Dave ist die falsche Richtung. Wir müssen anders schlagen. Achso, ja ich hab geguckt. Ich hab nicht so ganz gecheckt wo's lang geht. Hat uns hier nicht auch schon mal der Tank überrascht? Ja. Es hat ihn glaube ich einer getriggert, als er es aus dem Fenster geguckt hat. Da war jemand zu weit draußen. Dank, wo bist du denn? Ist doch grad hinter mir. Ach, da bist du. Dank, ich hab hier Tabletten für dich. Ich bin leicht verwirrt. Warte nochmal. Hallo! Du brauchst doch deine Tabletten. Wow, da kommt ein Charter. So. Dankeschön. Bitteschön. Au. Hör'n Schocke. Du mal. Du mal oben oben oben. Du bist vielleicht blöd. Du bist vielleicht blöd. Herz allerliebst wie immer. Was auch. Hier gibt's Waffeln. Waffeln? Ja hier gibt's Waffeln. Hüt. Achtung, Hüt. Achtung. Hallo Schatz. Hallo Meiter. Ach die kommt ja drauf. Hüt. Oh. Hüt. Hüt. Jetzt brennt sie wenigstens auch. Ich bin super gefallen. Oder hat's. Hi Schatz. Wie geht's? Das ging gut. Ja. Ja. Weil sie sich ein bisschen verlaufen hat. Ja. Warum sollte sie das nicht kennen? Kann mich jemand heilen oder so? Und ich bin super gefallen. Ach du Splitter, ich hab'n Leder. Ähm. Stelverwissen. Ja. Dummerweise oben in der Splitterkotze. Jetzt oben in der Splitterkotze. Ja. Ich seh' schon. Ich versuch' das. Da kommt Hunter oben oben. Weg da. Hunter oben, hier oben. Jetzt. Ich versuch' die Junk zu kommen. Beide durch. Scheiße. Ja. Bam. Ich heige trotzdem mal ganz schnell. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin auf mir. Auch hier. der hat da recht recht ich sehe gerade nichts mehr ich sehe gerade nichts mehr Grüß Leute oh fuck Haben wir nicht n Defi? Wollte grad sagen. Dave du hast doch Defi Wärst du so freundlich? Aber bevor Dave geheilt Bob du hast keine Medina ne? Ne ich hab das Dave gegeben Und ich hab ne Bratpfanne noch Superb Bei mir ist bald die Muni alle Hier ist noch ne Bratpfanne Ich kann leider keine 2 nehmen Ah guck mal perfekt Das nehmen wir mit Super Und super wieder ne Bratpfanne da drinne Na das lief doch aber Jungs Ja läuft Das geht doch gut Definitiv Gleichmäßiger Schaden auch beim Tank Genau 500 bei der Witch Genau 500 bei der Witch Ja gut Medi Cut mitnehmen wieder Soll ich mich sofort heilen oder? Ich hab 51 Eins nehmen wir mit Ich warte ein bisschen ab Also ich warte auch noch ab damit Okay Esho Hallo Esho Hallo Otto Schieß mir nicht in den Rücken Ja du bist da grad reingelaufen Ja du meinst der Gang ist nur für eine Person ausgelegt Ein bisschen ne Gang geht da lang Ich bin gleich bei dir Gut Baseball Schläger Hier gehts raus Der ist schon nimm mit nimm mit Wartet 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 Schieß Schieß Lade nah Zurück mit euch Ihr seid noch nicht ganz ruhig Lade nah Du wo ist ein Hunter Ich hoffe er springt ins Verdammt Ich wollte grad sagen ich hoffe er springt ins Feuer Da ist er Da ist er Ohohohohoho Es sah richtig geil aus Das war ja so schick Gut auf Jockey Jockey um Charter Jockey um Charter Auf mit Jockey Auf mit Jockey Auf mit Jockey Okay Ich heile mich Warte Leute wartet kurz ab Ich heile mich Ich hör was von Der Guide Bob Null Probleme Kommt weiter weiter hier das war nicht das mit mein setzung war es kam erst später was denn hier vielleicht war schön gewesen das war ein trump wiesen werden wir in die schusslinie rennen hinter dir mit jetzt aber durch die Tür hinter uns den Weg abschließen mit da liegen noch Tabletten ich warte kurz ab die müssen hinterherkommen auch ob es ein Schottgang mann 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 ist hier ein gerusel geht aber weg ich höre einen Smoker das gefällt mir doch mal ganz kurz warten da halte ich mich mal eben jo Dave oh du bist da ich höre immer noch den Smoker da oben der wollte mich packen guter Schoss ja das hatten wir schon ich höre ne Witch ich höre ne Witch ja ich seh sie und sie wird gebrannt gebrannt Mark das war's Alter Schwede irgendwie kriegen wir sie wesentlich schneller down als vorher aber ein bisschen taktischer vorgehen als früher wahrscheinlich das wirds wohl sein sonst wäre man nur rein und haben versucht das Ding umzunieten oder oder Charger oder Boomer ne das klingt eher nach später hinter uns Boomer ich seh ein Boomer ich seh im Haus irgendwas Boomer ist weg Defi im Haus falls jemand keine Medik-Hit mehr hat ein Defi mitnehmen hab ich hier im Haus direkt links oben hinter der Tür okay hier sind noch ein paar Pillen hier liegt ein Molo wenn noch nichts hat ich nehm mal unten oder irgendwas wo liegt der selbst wo liegt der selbst hab ich doch gesagt ach da lieg da nehmen wir den mal mit hier gibt's Waffen Außerhalb vom Haus ich sehe nicht gerade irgendwo ein Smoker oder ja der der rennt hier rum Ups freuen wir mal hier dann na los ist unterwegs ach ja ach ja hab mal oh da kommt ein Hunter Hunter auf der hab bisschen Ablenkung geschaffen und wer Boomerfotter oder sonst irgendwas hat werfen Jockey geht down gut weiter durch kämpfen werf mal die Boomerfotter doch oder wohin denn ach so irgendwo hin ach so irgendwo hin ja geht doch kaputt die die farm nicht noch ein paar Punkte sehr unpraktisch wenn man immer genau dann nachladen muss ich höre einen Boomer der ist tot jetzt kommt er ja wir müssen uns vereinen das ist ein Char-Char 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 hat mich hat mich hat mich Char-Char schnell bitte schnell bitte schnell bitte ich höre einen Hunter ja ich sehn ja ich sehn das ist gut ich hab auch nicht mehr Eifel zu tun ich hab auch nicht mehr Eifel zu tun ich hab auch nicht mehr Eifel zu tun das war mal was hier das war jetzt mal ein Wort ich hab ein bisschen das war gar nicht mal so gar nicht mal so gut aber es ist alles durchgekommen Hauptsache wir leben. Jetzt geht es zum Bano. Oh Mann. Bops am Bano. Bano, Bano, Bano.